herzlich willkommen hier zur weiteren folge hier in thüringen letzte züge für feld 12 abernten der sonnenblumen dann haben wir bald nacht die möglichkeit brauchen das feld noch schauen in der heutigen folge mal sehen klappt ja und dann den mist noch entsorgen entsorgen heißt verkaufen einen guten preis hier brauchen eine fräse die männlichen kalbe gut drauf ich glaube da eine kurs mit gülle klappt nicht wir sehen nicht fahren oder ich kippe mal da rein ganz gut aus ups guten cappettino hör auf nö die haben das ganze gras weggefordert da oben wenn wir versuchen unsere förderwände rauszukriegen wenn wir nachts wieder missgeben viel und dann sind schlecht dann müssen wir manuell was weg schaufeln hier oder mal schauen wir jetzt was reinkriegen hier den rest kann nicht so schwer sein mal hier rauszufahren mit schwung junge mit schwung mit schwung kann ein bisschen nur so fest sein chat mit schwung w ab cl Höh! Böse! Das ist auch nicht ganz gewollt. Ja, da kann man in den Lkw-Tups gehen, ne? Ups, da war ich wieder sportlich heute. Mit dem Auspuffrohr vielleicht. Machen wir mal her, damit es leichter ist, ne? Ob es wirklich so ist, ist ja eine Frage. Reell leben sicherlich schon, aber gut. Oh, der Ausfall keine Kollision. Gehen wir mal so einen Schubs. Mal zum Ausfahren hat er ja auch ein Ding da vorne, ne? Und ich hinten. Ich werde ärgerlich, dass die Autofest. Das ist gut. Jungen, wir haben die Kühe rausgefressen, dass es so hart ist. Tja. Guck mal an. Vielleicht klappt das besser. So. Jetzt auch beide raus. Doppelt mit Allrad. Doppelt mit Allrad. Versuchen wir mal nicht so lenken. Aber der Sable geht vorne aus. Aber der Sable geht vorne aus. Dann machen wir mal an die Ernte weiter, ne? Bringt ja nix. Ich werde es da kaufen. Beide. Dann haben wir das Problem erledigt. Ich habe ja einen neuen Autolot Förderband bekommen. Dann geht raus. Und den werden wir entsprechend nutzen. Dann können wir den Tag bald beenden. Haken. Warte. Für heute, Thüringen. Länge haben wir jetzt? Acht Minuten? Na, schaffen wir nicht ganz, aber ... Ich werde es noch fertig machen, das Feld hier. Und wir werden mal sehen, dass wir dann den Tag entsprechend, den nächsten Tag zum nächsten Livestream früh beginnen können. Ja, da fallen alle Anarbeiten an, wie jetzt säubern, wegräumen, aufräumen, mal Tiere machen wieder, das wird dann anfallen. Ganz wichtig ist, dass die BGA bücher wird, wird die Lage. Verkauf von Sonnenblumen, von Soja, von soem Zeug, alles ne, jetzt machen wir alles an den Tag an Livestream. Jetzt werde ich heute noch verkaufen, falls es verschwindet kann, das weiß ich gar nicht genau, also muss man dazu sagen, das weiß ich nicht genau, ne, also gleich machen, weil normaler Lager ist ja egal, da kann es ja speichern ab und ist erledigt, ne, aber hier, das weiß ich nicht genau, dass der noch entsprechend drin ist, ne, immer wieder laden tut, ne, also das auch speichern tut, ne, und zwar, da wollen wir sehen, da gehen wir nochmal sicher, da kaufe ich jetzt gleich, so, da gehen wir auf Ära, wir haben es 100, 300.000 drin, also Sonnenblumen sind die keine bei, kurz mal synchronisieren, oh doch, Raps, soll ja wohnen, nö, Sonnenblumen nicht, oder, nö, Äpfel, was ist Apfel, Apfel, na gut, Apfel, na gut, okay, kann man machen, wie man will, ja gut, so, haben verkauft, synchronisieren, müssen aber eigentlich meine Sonnenblumen auftauchen, ne, Raps, Säuerbohnen, Sackgut, Kalk, Preußholz, muss ich ja, nochmal synchronisieren, tut's nicht, na egal, wir haben Geld, die kriegt das in Dein, können wir da ausgeben, so, Block, ah, da haben wir fertig, mal aus zurückfahren, und hier soll Kalk drauf, oh, hier haben wir zu tun, ne, dann können wir unseren, äh, Kreml, gehen wir in die Marke rein, auf die Suche, ich hab's da aktiviert, zurück, die andere, das ist ja nicht bei, dann müssen wir mal schauen, ob ich aktiviert habe, so, nachdenken, was macht die Gülle, wir brauchen Kalk, also, müssen wir Kalk kaufen, ne, und den gleich mal ins Lager fahren, wir fahren jetzt mal ins Lager, und der Nachbar hat wieder so viel nicht ordentlich gearbeitet, bestehen lassen alles, Nachbarfeld hier, so, dann viel Kalk, wenn wir nicht hier haben, ne, wenn wir einen Kalk kaufen, nochmal Licht, oder haben wir noch einen Kalk, Dings da, ja, Kalk haben wir noch da, brauchen wir nicht kaufen, der andere fährt irgendwo mit Gülle, irgendwie, keine Ahnung, Sonnenblumen, Sonnenblumen, Weizen, achso, dass die andere Maschinen liegt, so, stellen wir hier mal ab, dicht dran, dann schauen wir durch, irgendeiner fährt noch Gülle, lassen, dann mal ganz kurz nacharbeiten durchführen, in den Ecken vor allen Dingen, das ist typisch, der muss man warten, so, B, muss man gucken, die Ecke von nachlesigen, dann fahren wir hier rüber in die Ecke, immer Gas, ne, so, in dem Bereich, wo Rapsch oder Sonnenblumen stand, da muss man machen, und da, das soll es dann auch für heute gewesen sein, mal schönen Dank fürs Reinschauen, und schönen Dank für jeden, meine Abonnenten, also, willkommen, hier im Verein, ja, wir machen weiter in Thüringen und in der Marsch, und machen ab und zu mal ZFND2D, aktuell im live stream, wenn Wünsche geäußert werden, dass ich ein paar Folgen mache, dann mache ich auch mal vollen, lässt sich über darüber reden, aber weiterkommen, wir fahren mal ganz kurz nach ganz kurz, hier mal ran, die Feldränder und dann ist Schluss für heute, dann mache ich auch Feierabend, also in Thüringen, hier scheinen sauber zu sein, dann kommen wir darüber, also noch mal tschüss und tschau tschau, bis denn nicht, tschüss.